Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Feet The Beast. Nein. Ey, wir tun immer mit deinem Nein, ja. Ja, wir haben jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr aufgenommen. Warum wohl? Oh, Creeper vor der Tür, vor dem Fenster. Ja und? Dann lass ihn halt. Du übersteuerst ein bisschen bei mir. Ach ja. Ja. Tu ich das schon wieder. Aua, aua, aua. So, warte. Erstmal zur Willkommensbegrüßung. Au, heiß, au, heiß. Ja, was machen wir jetzt mit dem Creeper? Erstmal hier holen. Instrumente, so, hier das. Marcel hat sich auch endlich mal umgezogen. Was? Marcel hat sich auch endlich mal umgezogen. Hä? Ja. Schönen. Achso, ja, genau, ich hab mich schon umgezogen. Hier, mein Creeper ist jetzt blau. Nachdem wir jetzt zwei Jahre lang immer dasselbe T-Shirt getragen hat, hat er sich gedacht, komm, jetzt wird mal was Neues. Ja, jetzt wird endlich mal was anderes. Jetzt können wir hier mal gucken. Wir haben jetzt schon fast zwei Millionen Energie. Ja, aber wir haben immer noch zu wenig. Es reicht aber immerhin. So ist es deins, ja, ne? Ja, ne, weiß ich nicht. Das war da drin. Also ich hab meins im Inventar. Okay. Also nimmer. Ist das wohl meins? Dann nehm ich das mal an mich. Ich bin mal so frei. Ja, dann lade ich mal auf. Mal gucken. Wir müssen das hier noch ein bisschen umstrukturieren. Hier unten alles. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hier ist mein Home-Punkt übrigens. Der muss auch hier, genau hier in der Ecke sein muss der, ja. Das muss, das gehört so. Achja. Das gehört aber eigentlich wirklich so. So, ich reiß hier mal den Boden raus. Äh, dann nimm lieber mal deinen Meintrin mit dem... Achja. Wo ist denn der? Geht schneller. Ich glaub ich hab den hier in der, in der Kiste abgebunkert. Komm, Mann ey, mach hin. Das dauert ja ewig. Mach hier, ist sogar nur ein Ender-Perleven. Muss ich denn jetzt eigentlich dieses Leppek hin tun? Auf dem Rücken oder? Auf dem Rücken, ja. Auf dem Rücken. Sonst macht er nix. Der tut dann alles aufladen, was Energie hat. Also wenn ich jetzt hier mit nem Bohrer als rumgehe, dann... Ja. Geht die Energie hier aus dem Leppek tatsächlich. Ja, macht er. Komm, lad schneller. Aber das werde ich jetzt mal hier nicht benutzen, weil wir haben... Wir sitzen ja hier direkt an der Quelle, deswegen nehm ich das mal wieder hier. Das hab ich damals früher in meinem eigenen Let's Play gar nicht gewusst, ne. Dass man sowas machen kann. Oh. Lass mich doch den Stein abbauen. Wir wollen doch hier eh Koppel reinmachen. So. Ich weiß nicht, ob wir dann genug Koppelstown haben. Ich hab Glück. Du hast Behutsamkeit, ich hab die Glück. Ja, aber ich will nicht Behutsamkeit benutzen, weil wir sonst zu wenig Koppel haben. Ja, aber ich baue jetzt hier ab, weil ich... Ich hab Glück gehabt. Äh. Das ist Gefährdung am Arbeitsplatz. Ich verklag dich. Okay. Hier ist es zu dunkel. Ey, da geht's mir einfach mal hier... Geht's mal steil mit mir bergab, ey. Das find ich überhaupt nicht witzig. So, wir sind natürlich frohen Mutes und freuen uns über die schöne Musik, die hier wieder dudelt. Wenn ihr vielleicht seht, benutze ich auch hier mal den Shader. Ja. Habe ich hier extra mal reingemacht. Hm. Mich wieder mal, mir wieder mal ein reinzuwirken. Äh, ne, deswegen nicht. Weil das ist einfach nur... Weil das ist einen super tollen PC hier. Ja, nur das meine, was der gleiche ist. Aua. Ja, fast. Das ist eigentlich exakt dergleichen, nur das andere Mineboard. Aber das Thema kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon zu Genüge. Da wollen wir ja nicht wieder mit anfangen. Was kommt hier unten in der Grafik? Ja, einfach hier Cobblestone reinklatschen. Oder wollen wir Holz machen? Ja, nö. Für... Für den Keller ist Cobblestone eigentlich ganz gut, ne? Ja, das geht. Wir haben ja auch noch unseren Electric Wrench, ne? Damit können wir ja hier alles abbauen. Sicherheit... Ja, aber wir müssen dann erstmal die Energie hier verbrauchen, ne? Bevor wir die hier abbauen. Achso, was? Das hier können wir so abbauen. Hier die... Glaube ich. Denk ich. Weiß ich nicht. Ey. Ich hoff's mal. Äh... Ja, ich denke aber mal hier... Hier ist aber die Wand, ne? Ja, hier ist doch die Wand. Deswegen, das ganze Ding hier kommt ja in die Wand rein. Müsst du den Tesseract dann nochmal um einen... Vielleicht hier in die Ecke setzen, so? Shit. Hm? Kein Cobblen mehr. Ja, ich hab auch keinen mehr. Und die Wände? Lass ihn mal so. Ja. Und da musste ich mal kurz abhusten. Die Wände... Bitte? Jo. Was passiert denn eigentlich, wenn ich das hier wegmach? Aha, nix. Was ist denn da irgendwo hier vorne ist? Lava, hier vorne ist... Lava. Ist ja schön. Da müssen wir dann was anderes draufsetzen. Also da ist das Lava. Ich weiß nicht, was wir da hin machen. Also da ist das Lava. Aber ich muss es sowieso nochmal umbauen, das bleibt ja nicht da. Dann haben wir noch mal einmal, dann mach ich mal die Lava da weg. Ja, das wäre nicht schlecht. Wo ist denn... Ah, die spinnen denn her? Ja, warte, ich kümmere mich da drum grad mal. So, dann kommt mal die Lava da weg. Wo ist denn die Rade? Die hockt natürlich auf dem Dach. Ist ja ganz klar. Achso, ich brauchte ja auch mal den... Hä, wo ist der einmal jetzt? Hä? So, da bist du weg. Hast du gelitten. Tschüss. Ach, ich würde da mal... Vielleicht, dass wir jetzt mal dieses Jetpack machen oder so. Oder so, weiß ich nicht. Oder so. So. Dann hab ich mal einen Lava-Eimer jetzt. Den brauch ich noch. Ich kann ja mal meinen Wegpunkt hier... So, den kann ich ja hier ausschalten, ne? Ja. So, dann ist der hier auch nicht mehr weiterhin im Weg. Dann können wir hier mal weiter hoch gehen, weil wir brauchen noch Kobbel. Und dann müssen wir uns ein Kistenlager mal anfertigen. Ja, da machen wir dann glaube ich entweder Eisenkisten oder... Hier haben wir das. Wo haben wir hier noch? Hier haben wir nur Stein. Kobbel sieht ein bisschen rar aus. Steinchests hier. Da gibt's nämlich hier so Eisen, Gold, Diamant, Kupfer, Silber und Kristallkisten. Und auch und ob sie den Kisten. Nein, hier gibt's hier noch... Ah, ein Hungrychests, aber die müssen wir erst für zaubern. Das ist nix. Was ist das? Sidechests. Was ist denn das? Okay. Ähm... So, wie verbrauchen wir jetzt den Strom hier? Das ist die Frage. Also machen wir Eisen oder Goldkisten? Das weiß ich nicht. Das kannst du handhaben, wie du widdelst. Wir tun's die normalen Kisten auch. Ja, ja, nur dann verbrauchen wir nicht so viel Platz, meine ich halt. Wenn wir die Eisenkisten benutzen, dann ist das eine Doppelkiste halt statt zwei große Kisten. Und wenn wir eine Goldkiste machen, sind es glaube ich drei Kisten. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaub's, aber... Diamant sind dann vier. Und das war's. Ich glaub mehr als vier Kisten geht nicht. Es ist auch schon wieder Nacht. Okay. Waja, ich bin hier irgendwo rum. Wir haben noch einen Diamant. Aber jetzt, jetzt, jetzt gehen wir erstmal hier... Ich will... Weißt du, was ich mal kurz machen werde? Wir würden... Ich schnapp mir hier mal das verbesserte Eisen. Und fertige mir nochmal einen ganz normalen Bohrer an. Jetpack? 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 Zinn brauchen wir. Haben wir keinen Zinn mehr im Haus? Jetpack? Was? Achso, wir haben ja Zinn-Staub gemacht. Haben wir noch vier Lapis? Oder hab ich noch vier Lapis? Ne, ich hab noch einen Lapis. Oh, da hände ich das hier drin. Oh, ja. Das will ich mit Lern-Zinn. Wir brauchen erstmal Lapis. Was brauch ich für eine Batterie? Vier Zinn, ne? Ähm... Zweimal Redstone und ein Kabel. Ah... Tja... Wie? Ja, E-Batterie. Brauchst du vier Zinn, zwei Redstone und ein Kabel. Warum? Ja, weil ich mir kurz einen normalen Bohrer machen will. Wie? Nur einen normalen Bohrer. So. Kein Diamantbohrer, nur den ganz normalen Bohrer. Einfach nur zum schneller abbauen. Ja gut, das... Weil ich mein Enchanting ja nicht benutzen will. Sorry. Achso, ja, du willst ja Koppels dann haben. Genau. Ja, deswegen ist es, aber sonst ist es ja eigentlich egal. Ja, vom Verbrauch her ist es Wurst. Ist ja eh unkaputtbar. Deswegen. Ich mach hier mal... Ich weiß nicht, sollen wir denn hier... Ich bin wieder doof. Wow. Redstone, bitte. Dankeschön. Da gucke ich rein, mach die Kiste direkt wieder zu, ich Vogel, ey. Okay. Einen elektrischen Schaltkreis brauche ich noch. Geht das was nicht. So, zum Glück habe ich Glück, dann kommt hier ein bisschen mehr EP raus aus dieser Kohle. Ach, hier ist Sand. Achso. Ja. So einen elektrischen Schaltkreis brauche ich noch. Dafür brauche ich wieder Kabel. Aber wir haben hier noch Kabel, das ist so richtig klasse. Das Feuer ist gerade mal. Äh... Hier, wir brauchen aber noch, äh... 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 Elektrischen Schaltkreis. Äh... Natürlich, doch. Ich brauche hier noch... Was sind denn die Kabel? Ein bisschen... Ich hab die... Ich hab auch noch eins. Ja, warte kurz. Äh... Ich krieg meinen Kopf wieder nicht zusammengenommen. So, also... Ich brauche hier einmal verbessertes Eisen, zweimal Redstone und hier Kabel. Stimmt das so? Jawoll. Siehste mal, ich hab wieder recht. So, jetzt hab ich hier einen normalen... Ganz normal stinknormalen Bohrer. Den lad ich mir mal auf und dann drucken wir mal da unten auch noch die Wand hier links und rechts raus. Gucken wir mal, was wir da hin machen. Ey, da wollten wir doch... Fließern rein machen, oder nicht? Electric Ranch hab ich sogar dabei. Zudem brauchen wir noch mehr... Achso, du hast hier ja schon das Loch gefüllt. Na, das ist ja gut. Aber hier hinten ist noch ein Löch... Löchelein. Das ist aber hier hinten einfach nur... Nichts. Da werde ich einfach mal ganz großzügig eine von meinen zwei Fackeln rein klatschen. Dann können wir hier hinten auch mal die Wand zustopfen. Du hast ja auf deinem auch Effizienz... Bringt das Effizienz eigentlich irgendwas? Weil... Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Nicht hier unten abbauen. Wieso? Da muss ich ausleuchten sonst. Ich hab aber nicht mehr viele Fackeln. Ich auch, ich hab gar keine. Oh, Enderman. Ja, lass den mal. Was machst denn du? Nix. Ich geh rund um da unten irgendwo Hoppistown abzubauen. Mach's doch hier. Ach jetzt. Ja, ey. Ähm. Warte mal, komm zu dir. Ja, der Nuttensohn schmeißt mich grad mal runter. So. Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber ist doch wahr. Nein, 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 nein. Ah, dieses blöde Vieh, ey. Ich brauch ne Rüstung. Warte mal. Kann man nicht aus den Dingern hier vielleicht ne Rüstung machen? Ne, Mist. Hätt mich auch gewundert, aber egal. Mit meinem Diamantbohrer wird's natürlich schneller gehen, aber ich will ja hier, wie gesagt, keinen Clean Stone. Na. Da müsste ich den Marcel Sein benutzen, aber der wird mir Sein nicht überlassen. Der liegt sowieso grad da unten. Oh, bist du runtergestürzt? Ne, der hat mich getötet, dieser Blöde. Ah, ne, das wollen wir hier nicht. Habe ich jetzt alles? Die Fightingmusik brauchen wir nicht hier. Die brauchen wir heute nicht. So, hier ist noch eine unerkundete Höhle. Aua, das hat weh getan. Aber wir haben hier einmal Uran, das nehmen wir mal mit. Für den Marcel hab ich noch Lapis Lazuli und Gold haben wir auch noch. Genau, Lapis, das brauchen wir. Was will der da oben eigentlich? Ähm, ich baue es mal mit Behutsamkeit ab, dann kannst du mit Glück 3 da mehr rausholen. Jo. Äh, Waypoint, da wird mir jetzt der letzte Tod angezeigt. Den will ich löschen. Tschüss. Warum sind da nicht die Endermen denn hier Lieder? Was ist denn hier los? Nein, wir sind hier nicht Lila. Ich glaube das ist wegen dem Shader, aber das ist irgendwie sinnlos. Oh. Na ja, ich will hier raus jetzt. Gut, die Musik passt ja auch grad ein bisschen so zur Höhle, ne? Ist ein bisschen so düstrig so. Oh, wie viele Skelette sind da? Ähm. Da hab ich hier einen Frauner grad aufgedeckt oder so. Änanananan. Ja. Ja. Was können wir jetzt machen? Ich hab da grad keine Ahnung. Wir können unten unseren Keller mal schön machen. Ja. Also ich möchte einen schönen Keller schon haben. Wir müssen sowieso erstmal gucken, was wir überhaupt hier noch brauchen. Und unsere Elektroversorgung müssen wir erstmal jetzt hinbekommen. Ähm. Du hast die Kabel abgebaut. Ja, ich weiß. Wieso? Ja, weil ich da nicht mehr Energie rein tun will. Weil ich das umstellen will. Weil ich das umstellen will. Alles schön machen. Ja. Aber der ist doch noch voll. Ich mein... Oder wir scheißen auf die Energie. So viel ist das ja nicht. Naja, das ist schon viel, was in den Generatoren drin ist. Und in den Rohren. Ich glaub, dann schalte ich mal den Tesserakt ab. Jetzt hab ich schon mal ausgeschaltet. So, ich farm hier grad noch mal ein bisschen hier... Ein bisschen Cobblestone noch. Ja. Nur für die Leute, die sich grad fragen, was ich hier mach. Aber das sieht man ja eigentlich, ne? Wieso nimmst du eigentlich die Kabel mit? Ich brauch die grad. Dazu baue ich noch ein bisschen Eisen nebenher ab. Warte, jetzt hab ich ein Kabel. Ja, ich komm gleich hoch. Ich will mich jetzt wissen. Ich will mich jetzt wissen, ob da jetzt noch was rauskommt oder nicht.